Dieses zu erwerbende Einfamilienhaus liegt in Weisel. Das im Jahr 1955 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Balkon 10 Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1136 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 317 Quadratmetern. Das Haus steht für ca. 166.600 Euro zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Das Sie er emerged, den